Hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute eine Endenbrust mit hausgemachten Rotkohl und hausgemachten Klößen. Dazu habe ich eine Endenbrust. Ich habe einen Kopf Rotkohl, den werde ich klein schneiden mit Preisebeeren, Traubensaft, Essig und etwas Zucker sowie Salz werde ich kochen. Dann habe ich noch 18 Kartoffeln, die Hälfte davon durchkochen, die andere Hälfte durch fein reiben. Ich habe für alles dann noch mal drei Zwiebeln, Öl und so weiter, Mehl für die Klöße noch. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes durch den Ofen auf höchste Stufe vorheizen, die Herdplatte mal auf höchste Stufe. Ich habe einen großen Kochtopf für den Rotkohl. Genau, dann geht es da weiter. Als nächsten Schritt nehme ich zwei Zwiebeln und werde sie fein in Würfel schneiden. Die Zwiebeln habe ich fein geschnitten. Ich werde sie jetzt mit Öl im großen Topf am dünsten. Die Zwiebeln dünsten im Topf an. Als nächstes schneide ich den Rotkohl. Den Rotkohl 10,5-1 mal. So, gut. Dann noch einmal vierteln. So, dann tue ich das schon mal auf die Seite. Den Strung, den schneide ich raus. Da ebenfalls. Gut. Schon mal rüber. Dann nehme ich ihn und schneide ihn quasi so klein. Den Rotkranz für sich selber nehme ich gleich und tue ihn in den Topf rein. Genau, so mache ich das mit den restlichen Vierteln ebenfalls. Genau, ich habe jetzt den Rotkranz schon gemacht rein. Dünste ihn quasi an. So, gebe dann Essig dazu. Zucker. Vom Traumsaft nehme ich ein Dreiviertel. Na, ein bisschen noch. Den Rest frei für die Soße. Dann habe ich hier noch Preißlebeeren. Nur einen Möffel. Die Preißlebeeren gebe ich ebenfalls komplett rein. So. Einmal komplett rein damit. So. Das Gefäß soll ich noch auswaschen. Ich habe jetzt komplett Wasser rein. Einmal auch nicht durchschütteln. Und das Ganze fülle ich dann noch auf mit Wasser. So. Das reicht. Genau. Das Ganze. Durch so ein ordentlich vermengen. Und noch etwas Salz. Oh, das reicht. Genau. Das Ganze darf jetzt richtig durchkochen. Als nächsten Schritt werde ich die 18 Kartoffeln komplett schälen. Eine Hälfte koche ich. Die andere Hälfte reibe ich. Die Kartoffeln habe ich geschält. Ich nehme jetzt quasi die Kartoffeln. Ich habe schon einen Toft mit heißem Wasser aufgestellt. Ich werde es jetzt einfach ein bisschen klein schneiden. Genau. So ein grobe Würfel. Und werde die dann in kochendem Wasser kochen. Die werde ich derweil reiben. Die kleingeschnittenen Kartoffelwürfel sind im heißen Wasser. Das kocht dann einmal richtig schon auf. So ein paar Minütchen. So drei, vier, fünf Minuten. Dann sind die auch gleich fertig. Das Rotkohl kocht schon. Und ich habe eine Reibe, wo ich dann die Kartoffeln quasi hier durch die grobe Reibe durchreibe. Genau. Ich nehme jetzt einfach die Kartoffel. Und reibe die einmal komplett alle durch. Die Kartoffeln habe ich fein gerieben. Die gebe ich mal auf die Seite. Und als nächstes kommt die Entenbrust. Von der Entenbrust, da mache ich es mir heute ganz, ganz einfach. Ich mache eine ganz einfache Rezeptur. Ich suche es einfach salzen. Pfeffer. Und dann an der Seite ebenfalls. Da. Noch salzen. Ich gebe die dann quasi mit Zwiebeln. Da. Ich habe ja noch den Traubensaft, den Rest. Dann gebe ich quasi als Grundbasis für die Soße mit rein. Genau. Und das Ganze schiebe ich jetzt in den Ofen für eine Dreiviertelstunde. Die Entenbrust, wie gesagt, das ist eine ganz schnelle Zubereitung. Da mache ich es mir heute ganz, ganz einfach. Die bleibt jetzt für eine Dreiviertelstunde im Ofen. Die Kartoffeln sind fertig gekocht. Wie gesagt, das dauert ein paar Minütchen, dann sind die fertig. Das Rohkohl kocht richtig ein. Ich habe schon mal einen großen Topf aufgestellt für die Kürze. Die Kartoffeln, die gebe ich jetzt hier durch sie. Und werde sie dann durch die Presse zu den geriebenen Kartoffeln dazupressen. Genau. Ich nehme jetzt einfach die Presse. Ich habe jetzt die grobe Reibe. Also die grobe Tülle. Gebe quasi die Kartoffeln rein. Ein bisschen mehr. So. Gut. So. Und presse sie dann quasi hier durch. Das mache ich jetzt mit den kompletten Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich komplett reingepresst. Ich gebe jetzt quasi Salz dazu. Muskatnuss. So. Dann Mehl. Circa. Ja. So 80 bis 100 Gramm. Mal öffnen. So. So. Gut. Ungefähr circa. Das Ganze tue ich jetzt verkneten zu einem Kartoffelteig. Ich habe gesagt, der Teig ist noch sehr, sehr heiß. Der muss aber auch heiß verarbeitet werden. Da kommt ja kein Ei rein. Das ist dann allein durch die Kartoffel und durch die Mehl. Kann ich daraus dann Klöße machen. Genau. Den mache ich jetzt mal fertig. Und dann werde ich Klöße drehen. Den Kartoffelteig habe ich gut vermengt. Die Hände habe ich etwas nass gemacht. Ich nehme jetzt quasi etwas von Kartoffelteig. Drehe Klöße. Und gebe es dir gleich ins kochende heiße Wasser. Genau. Immer so. Schöne kleine mache ich heute diesmal nicht allzu groß. So. Gibt es dir gleich ins Wasser. Und so verarbeite ich mal den kompletten Tweig. Die Klöße habe ich abgedreht. Die dürfen jetzt einmal richtig aufkochen. Und müssen dann mindestens 20, 25 Minuten lang durchziehen. Die Klöße kochen jetzt richtig durch. Die habe ich jetzt noch Stufe 1 gestellt. Das Rotkohl, das kocht noch derweil. Und die Erdenbrust, die ist im Ofen. Und das darf jetzt alles durchköcheln und durchbraten. Und dann ist dann in einer halben Stunde alles fertig. Das Rotkohl ist jetzt noch ein bisschen über eine Stunde richtig schon eingekocht. Ich habe etwas Mehl, etwas Wasser und ich werde eine Mehlbinde anbühren und werde es dann quasi abbinden. Von der Mehlbinde, das ist eigentlich relativ easy. Nehme Mehl, gebe etwas Wasser dazu. Verrührt es ordentlich und die Mehlbinde ist fertig. Das Rotkohl an sich selber, das tue ich jetzt mit der Mehlbinde quasi abbinden. Ich gebe das rein. Verrührt es ordentlich. Voilà. Und lasse es richtig einköcheln. Ich werde es dann nach ein paar Minuten ausschalten, wenn es abgedickt ist. Die Erdenbrust nehme ich jetzt nach einer dreiviertel Stunde raus. Die Soße lasse ich noch ein bisschen einköcheln. Die Erdenbrust habe ich rausgenommen. Die Soße lasse ich noch einmal aufkochen. Das Rotkohl schalte ich jetzt aus. Die Klöße, die sind fertig. Und ich werde dann alles gemeinsam anrichten. Von der Erdenbrust, ich habe die jetzt quasi mit der Krüste nach unten gelegt. Schneide die quasi auf. Solche schönen Stücke. Ja. Gut. Und dann kann ich es ja auch schon servieren. Ja, ich habe alles schön dekorativ angerichtet. Ich wünsche euch dann wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Herr Daniel. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020